Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Heute Mittag steht es an, unser Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. Wenn ihr das Video seht, bin ich auch bereits auf dem Weg Richtung Nürnberg. Und trotzdem gibt es natürlich hier und heute für euch die aktuellsten S04 News. Wir reden hier nochmal ganz genau über Assan, Oedraogo und die U17 WM. Denn heute geht es ja für das DFB-Team los und der genaue Plan von Oedraogo ist ja weiter noch nicht so wirklich klar. Da gibt es aber nochmal ein paar Updates zu. Ansonsten auch die News, dass möglicherweise vier Spieler Schalke am Ende der Saison verlassen müssen, weil ihre Verträge nicht verlängert werden. Wie das genau ist, schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Und wir blicken auch nochmal auf Axel Hefer, denn der hat auf die Kritik von Clemens Tönnies auch nochmal reagiert. Alles und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit Assan, Oedraogo, der ja, wenn alles normal läuft, heute auch gegen Nürnberg wieder im Kader stehen sollte. Gegen St. Pauli hat ja unsere Nummer 43 noch gefehlt, aufgrund von einer leichten Verletzung. Diese war ja auch nicht wirklich weiter schlimm und deswegen gehe ich zumindest mal davon aus, dass auf jeden Fall Mittis in Nürnberg und im normalsten Falle auch mal mindestens zum Kader gehören sollte. Damit ist aber natürlich auch klar, dass Oedraogo heute mit dabei sein wird, obwohl ja der DFB-Tross zur U17-WM nach Indonesien aufbricht. Ich finde, es ist auf jeden Fall jetzt auch nicht wirklich schlimm, dass Oedraogo dann vielleicht ein paar Tage später kommt, denn die offizielle Abstellungsperiode für die Vereine beginnt ja ohnehin erst am 13. November. Somit ist es ja in der Theorie auch möglich, dass Oedraogo nächste Woche gegen Elversberg auch noch für uns spielen wird. Es ist ja ein ganz schönes Hickhacken, ein ganz schönes Hin und Her, was man jetzt genau machen wird, denn am Ende geht es natürlich auch um den Spieler selber, der sich natürlich auch wohlfühlen muss und der gerne zur U17-WM möchte. Und Schalke hat sich ja immer noch nicht so wirklich entschieden, wie es da genau ausschauen wird. Denn man schließt wohl nun doch nicht aus, Oedraogo dann doch schon vor dem 13. November für die WM freizugeben und dass man ihn vielleicht dann doch auch erst nach dem 21. November zurückfordert. Es klingt alles, finde ich, immer so ein bisschen speziell, weil man spricht immer noch hier von Menschen. Man spricht hier sogar von einem U18-Jährigen, von einem 17-Jährigen Assan Oedraogo, wo man als Verein natürlich darüber bestimmen darf, wo er zu sein hat und wo nicht vor dem 13. November und nach dem 21. November. Aber wo es natürlich auch ein bisschen um den Spieler selber geht. Denn man weiß ja auch, Oedraogo hat einen Vertrag, wo eine gewisse Ausstiegsklausel drin ist. Schalke wird ihm diese gerne abkaufen, man wird auch gerne vielleicht den Vertrag grundsätzlich verlängern. Und da sollte man vielleicht auch dem Spieler gegenüber durchaus offen sein. Denn wenn man natürlich dann für ein solches Event, für eine solche U17-WM nominiert ist, möchte man sicherlich auch gerne ein Teil dieser Mannschaft sein. Und deswegen kann ich es mir irgendwie wirklich auch weiterhin schwer vorstellen, dass Oedraogo zum Beispiel die Gruppenphase spielt, das Achtelfinale spielt, Deutschland dann zum Beispiel weiterkommt, vielleicht fliegen sie raus, aber vielleicht kommen sie auch weiter und er reißt dann ab. Also auch das finde ich irgendwie dem Spieler gegenüber schwierig. André Hechelmann hat sich dazu nun auch noch einmal geäußert. Wir haben am Anfang Flexibilität und nach hinten auch. Wir entscheiden, wann und wie Assans Nationalmannschaft stößt. Und auch Karel Gerrads soll an der Entscheidung beteiligt werden, inwieweit Oedraogo vielleicht dann doch noch länger bei Schalke bleibt oder eben auch früher zurückkommt aus Indonesien. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, welche Mittelfeldspieler fit sind, wer uns dort zur Verfügung steht und wie es eben dort generell weitergeht. Trotzdem bleibe ich auch dabei, Oedraogo ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Es ist aber eben auch die Problematik der Kaderplanung, warum es eben nicht möglich ist, einen 17-Jährigen dann vielleicht mal drei, vier Wochen rauszunehmen. Für ihn selber, wenn das eben auch, wie man hört, gerne machen will, sollte man es eben auch auf jeden Fall tun. Und dann muss man eben wiederum diejenigen kritisieren, wie Hechelmann und Co., die diesen Kader falsch geplant haben. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie sich Schalke nun hier entscheiden wird. Ein unglaubliches Hickhack hier um einen solchen Spieler ist sicherlich auch nicht optimal für eben auch dann seine sportlichen Leistungen. Sportliche Leistungen wollen wir auf Schalke natürlich von jedem Spieler sehen, nicht nur von einem 17-Jährigen, sondern auch von unseren erfahrenen Spielern. Die soll natürlich auch umso mehr vorne weggehen. Und dort gibt es nun auf jeden Fall schon mal erste Anzeichen, welche Spieler wohl keine langfristige Zukunft mehr bei Schalke haben. Es geht vor allem auch hier um auslaufende Verträge, aber eben auch die Kaderwertentwicklung und natürlich auch gewisse Formschwankungen von Spielern, die man damit eben auch in den Griff bekommen möchte. Und damit deutet sich jetzt schon an, dass sich die Mannschaft erneut, spätestens im nächsten Sommer, extrem verändern wird. Und da gilt vor allem auch die Diskussion rund um Simon T. Rodde. Denn er ist ja zum vierten Mal in dieser Saison verletzt und damit fällt er ja auch sehr wahrscheinlich heute gegen Nürnberg aus. Und zudem ist es ja auch sportlich für unsere Nummer 9 deutlich schwieriger als noch beispielsweise vor zwei Jahren. Bislang steht er ja bei zwei Toren in der zweiten Liga, was sicherlich für uns alle nicht zufriedenstellend ist. Und damit, ja laut der Bild-Zeitung, scheint er wohl auch nicht mehr gut genug zu sein, um Schalke erneut in die Bundesliga zu schießen. Soweit würde ich auf jeden Fall noch lange nicht gehen, weil das sicherlich auch grundsätzlich mit der Mannschaft, mit der praktischen Herangehensweise zusammenhängt. Aber natürlich könnte es sein, dass am Saisonende die Entscheidung fällt. Mit Simon T. Rodde wird sportlich nicht mehr verlängert. Es ist eine Entscheidung, die wohl ohnehin erst sehr spät fallen wird, während der Saison oder am Saisonende. Eben auch, weil sie dann darum gehen könnte, welchen Job wird denn Simon T. Rodde im Klub bekommen. Denn auch das ist ja durchaus ein Thema. Aber, was wohl auf jeden Fall so ist, der 36-Jährige könnte tatsächlich vor dem Karriereende stehen. Der zweite, laut der Bild-Zeitung, der wohl möglich ja keinen neuen Vertrag bekommt, ist Dominik Drexler. Bislang hat auch er einige Spiele verletzungsbedingt verpasst. Doch da ist eben immer mal wieder irgendeine Kleinigkeit mit dabei, wodurch er ausfällt. Und rein von den Scorer-Werten, kein Tor, keine Vorlage, ist es eben auch für einen offensiven Mittelfeldspieler ein bisschen wenig. Ich glaube, Dominik Drexler hat als Typ immer noch einen enormen Mehrwert für unsere Mannschaft. Er geht vorneweg, ist ein sehr kommunikativer Spieler, auch auf dem Platz. Für mich auch ein sehr cleverer Spieler im zentralen Mittelfeld. Aber auch da wird es sicherlich dann am Saisonende Zeit, etwas anders zu machen. Bei Denilatza überrascht das sicherlich auch die wenigsten. Auch sein Vertrag läuft aus. Und generell, seitdem er ja wieder bei uns ist, seit 2021 ist er gefühlt dauerverletzt. So hat es die Bild-Zeitung geschrieben. Und so kann ich es auch selber sagen, weil es ist ja tatsächlich so. Er hat ja jetzt auch im Pokal gegen St. Pauli gespielt. Da fand ich es gar nicht mal so verkehrt. Musste aber auch dann wieder verletzungsbedingt raus. Also alles andere als ein auslaufender Vertrag, der nicht verlängert wird, würde mich hier schon sehr überraschen. Und dann wäre da noch der vierte Mann im Bunde. Und den seht ihr auch schon, seitdem ich über das Thema spreche, auf diesem Bild. Und das ist Cedric Brunner. Bei ihm gab es ja im vergangenen Sommer ein paar Diskussionen darüber, über seine Rolle, über seine Wichtigkeit. Und das auch eher im positiven Sinne. Denn für uns alle war ja klar, Cedric Brunner ist der Stamm rechtsverteidiger in der 2. Bundesliga. Hat in der 1. Liga defensiv tolle Leistungen gezeigt. War ein sicherer Rückhalt. Und jeder wusste, okay, offensiv wird da nicht viel kommen. Aber abwehrmäßig haben wir da schon einen guten Mann. Zudem wurde ja auch darüber diskutiert, ob Brunner vielleicht sogar Mannschaftskapitän werden wird. Auch da haben ja einige Fans gesagt, könnte man sich auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Aber auch bei ihm ist wohl mittlerweile klar, die Schalke-Zeit könnte am Ende der Saison vorbei sein. Aktuell fehlte er uns ja schon seit mehreren Spielen. Und würde damit schon das siebte Pflichtspiel heute verpassen. Und deswegen ist eben auch da so ein bisschen die Diskussion drüber, muss man sich nicht hier für die Zukunft generell neu aufstellen. Weil eben auch Henning Matriciani, zumindest mal als rechter Schienenspieler, nicht ganz so überzeugt, wird Schalke wohl hier bereits im Winter einen gewissen Brunner-Nachfolger verpflichten, um eben dann auch hier auf der Position zukunftsmäßig besser aufgestellt zu sein. Deswegen geht es auf jeden Fall laut der Bild-Zeitung darum, mit diesen vier Spielern möglicherweise nicht zu verlängern. Und das ist jetzt ein Bericht, der vielleicht erst mal hart klingt. Müssen Spieler gehen? Das ist die Streichliste von Schalke. Es ist aber, finde ich, ein sehr interessantes Thema. Und es sind eben auch Spieler, wo das ja auch durchaus Sinn macht, sich genau diese Gedanken zu machen. Gedanken macht sich ja Schalke aktuell auch, wie man eben mit beispielsweise neuen Sponsoring-Deals etwas mehr finanziellen Spielraum hat, was vielleicht auch unser Aufsichtsrat besser machen kann und welche Veränderungen es dort auch in Zukunft geben könnte. Clemens Tönnies, der ist ja aktuell wieder ein Thema bei Schalke, zumindest mal in grundsätzlichen Diskussionen. Und am Rande einer Veranstaltung hat er ja auch über die Krise bei uns auf Schalke gesprochen und ja auch unter anderem gesagt, dass er oft genug angeboten hat, Schalke zu helfen. Und zum Teil hat er ja gar keine Antworten bekommen. Das war natürlich auch eine deutliche Kritik an unseren aktuellen Aufsichtsrat. Und deswegen hat die WATS mal nachgefragt, ob das denn tatsächlich stimmt. Und Axel Hever, unser Aufsichtsrat-Vorsitzender, der hat im Namen des Gremiums Folgendes gegenüber der WATS gesagt. Der Aufsichtsrat hat zu Angeboten von Herrn Tönnies, die über sein Sponsoring hinausgehen, keine Kenntnis. Grundsätzlich ist jeder willkommen, der sich im Sinne des Vereins engagieren will. Dies sollte in direkten Gesprächen geklärt werden und nicht über die Medien. Ich denke mal, damit hat Axel Hever trotz aller berechtigte Kritik auch sicherlich recht. Sowas muss auch nicht über die Medien diskutiert werden, sondern deutlich lieber intern. Clemens Tönnies selber ist aber natürlich auch weit ein wichtiger Partner für Schalke. Denn mit seiner Firma Böcklunder ist er ja Premium-Partner bei uns, ist ein wichtiger Geldgeber. Und dieser Vertrag läuft ja am Ende der Saison aus. Und auch da wurde Axel Hever dazu gefragt, ob es denn hier schon mögliche Gespräche über eine Vertragsverlängerung gab. Diese Gespräche werden nicht vom Aufsichtsrat, sondern vom zuständigen Management geführt. Und somit wird ja jetzt da nicht zwingend wirklich deutlich, ob jetzt schon Gespräche geführt worden sind oder nicht. Da wird sicherlich auch Matthias Tillmann als neuer CEO eine wichtige Rolle einnehmen. Klar ist, diese ganze Kritik von Tönnies am Aufsichtsrat, jetzt auch wiederum von Hever zurück an Tönnies, liegt natürlich auch ein gewissermaßen auf der Hand, weil beide sich seit mehreren Jahren kennen, aber auch nicht wirklich mögen. Sie waren selten einer Meinung, als sie beide bei Schalke tätig waren. Hever saß ja von 2014 bis 2017 bereits im Aufsichtsrat, war da eben auch ein scharfer Kritiker von Tönnies und hat ja auch gesagt, dass Schalke Zukunft nicht mit Clemens Tönnies passiert. Er ist Teil der Vergangenheit, aber nicht Teil der Zukunft. Und somit wird sicherlich nochmal ganz interessant, wie hier auch mögliche Vertragsverhandlungen mit Böckluner laufen. Und somit, ja, hier also nochmal die Aussagen von Axel Hever bezüglich der Kritik von Clemens Tönnies. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen Themen hier und heute in die Kommentare schreiben und dann konzentrieren wir uns sicherlich alle auf unser wichtiges Auslandspiel beim FCN. Ich freue mich sehr, allein schon aufgrund der Fan-Freundschaft, wenn wir zur tolle Atmosphäre sein. Wie gesagt, ich bin jetzt auch, wenn ihr das Video seht, auf dem Weg Richtung Nürnberg. Ich werde natürlich auch dann heute im Laufe des Tages einen Stadion-Vlog für euch geben auf Thiele Football. Hoffentlich natürlich auch, trotz der Fan-Freundschaft, mit einem guten Ergebnis für uns. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns hier morgen im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! An alle Schalker!